Guten Tag mein Lieber, willkommen zu meinem neuen Vlog. Mein Papa und Simon, also mein Bruder, sind heute hier. Weil wir fahren morgen auf Tour an Schloss Danka. Da werden wir ein Feriendorf schlafen. Da werde ich euch eine Rundtour aus morgen zeigen. Das wird der geilste Campingplatz morgen, nee, ein Feriendorf. So, jetzt ist der Simon, hallo! Ich glaube ich gucke gleich der Kicker und vielleicht gucke ich noch ab, ist auch fertig. Da ist der Simon. Hier findet der Fisch für mich. Ich lasse die. Ja, das ist nicht der Einer. Nein, 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 nein. Komm gut, dann kann ich wieder was tun. Lass doch mal. Das kann schon bei ihm. Ich glaube, da kommt jetzt zwei. Hier soll nicht mehr dreimal auflegen. Ja, drei, kurz selber. Und mit zwei. So, du geh mal rüber. Ja, ich will auch gleich. Nicht hinlegen, hinsetzen. Simon. Kein Stress, jetzt lass dich hin. Simon. Ich denke, ich bin wirklich sicher. iosity. Untertitelung des ZDF, 2020